hier eine sphäre kam da mit bei haben wir bekommen ja dann mach erstmal das weg hier der sich erstmal auffüllt damit wir da ein bisschen energie drin haben können wir dann damit auch unser warte mal hab ich deine spitzhacke hast du meine ich hast du eine fettige spitzhacke weil ich hab die borken spitzhacke von dir musst du die rausgenommen haben ich habe drei tesserax bekommen lol das ist natürlich neu dies auch diese beide kaputt natürlich kaputt gemacht ich sag mal den ganzen rest aufhören jetzt was öffnet ich hatte im angst dass mir irgendwas runter fällt deswegen mal genäht an danke für den tesserax habt ihr die grad zugeworfen so soll ich damit jetzt also nicht sogar neben die kisten sortieren damit die irgendwo platz finde hast du jetzt das erledigt tausche die festplatten wieder mit dieser biosphäre aus ich wollte gerade die andere sphäre erstmal reinschmeißen gucken was das ist ja ich würde aber erst gerne die eine questen abschließen ja warte doch mal ganz kurz warte warte gab es mal ja warte 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 mal gucken was das hier finde scheiße ist vielleicht auch nur ein portraum hier ich hab's aufgemacht ne ok aber ich muss eben den tesserax wegschmeißen hier kippa hallo ihr kennt mich mal bei mir sterben die mit einschlagten kippa im portraum ne es kommt so ein dungeon oder so schleim ist und wo vor du schon so ein feuer schwert hat ich will jetzt nicht mit dir doppelt aber wir uns schlagen ich diese skelette hatte wir könnten von hier dahinten ja ich bin auch so erledigt ich muss eben kurz das licht okay da ist irgendwo glaube ich ein picman ouch ja der scheiß enderman hat sie weg teleportiert so wie du du enderman tschüss der kam irgendwo hier raus geschossen rausgecoated okay geht es denn bei dir noch runter ich bin hier gerade oben es geht nur in die etage nach unten kann ich dich auch wieder für nutzen ja bestimmt ist da irgendwas drin ich weiß nicht ob hier irgendwas drin ist also in den wänden kennst mich doch hier unten sind spawner ja mhm click touch bräuchten wir dann wow 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 was sind das hier für obsidian alter schwede hier sind blazes hm hab ich gehört gerade da ist das teil was wir wieder an der wand gebaut haben ich muss eben gucken ich muss eben das ich guck mal ob es dolly es gibt es gibt nur dolly puppen toll ok wow es gibt nicht wo das ding auf sammeln kannst ich hab grad runter geguckt und wow alles voll gewesen mhm da fließt flüssigkeit lang ich weiß noch nicht welche hast du dir mal reingeguckt ob hier irgendwas drin ist wo da oben hier ist nether chisel obsidian ja ja nur viel schicke irgendwie habe ich so ein bisschen das lag problem hier grad ich merke das voll boah ist n bisschen dunkel ich muss ja jetzt grad schon fucking ne was beim options videosettings 29 fps was ist denn das jetzt grad bumm boah skelettfähig vor allem stehst da und das steht zur seite und schießt sich voll ab von der seite aus naja und dann weißt du aber nicht wo es herkommt weil das auf einmal da war ne schießt seitlich das vieh das meine ich warte mal oh hier ist ein spawner lava slimes spawner ja hast kaputt gemacht oder was so da ich würde ja nicht kaputt machen lava slimes kann man bestimmt noch verwenden keine ordentliche schaufel sicher ich hab die also die geht eigentlich ganz gut also auf der anderen seite will ich schon auch noch slime mal roll slime hier ist auch noch einer ist das denn lava slime oder ok ja klar ich weiß gar nicht ob das funktioniert sollte eigentlich aber das braucht ja grad nicht wirklich was fahren deswegen ich mache das mal bei dem anderen auch ja renn mir doch mal einen weg wenn ich die hier grad gehen will sein mit dem boogen 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 schwert ich weiß er war und sollte müsste eigentlich auch noch was sein klar wir gucken hier territorial fein seiten das könnte ich glaube da ist grad ein clad gestorben Das ist möglich, aber warum ist denn so viel Netherstein hier auf der Ecke? Weil er das da mit reingemacht hat, darum. Naja, meistens ist das immer verdächtig, wenn da was ist. Ach, nicht wirklich. Oh doch, ich erinnere mich noch an den ME3 mit dem Vulkan. Ja, aber er macht das auch manchmal, dass er schön aussieht, deswegen. Ah ja. Ah, das ist die Ausmaßnahme. Wo war denn der? Der eine, hier. Ich muss so gucken, ich muss gerade mal meine Schaufelrebellin gehen. Hey, da spawnt einfach zuviel, deswegen leckst das da auch so. Das ist glatt, ey. Na, hier ist der Spawner nicht. Was ist denn? So zu reparieren, oder? Ja. Mein Gott, ihr kleinen Slimes, ne? Ihr geht mir schon so auf den Keks. Kannst deine Werkzeuge auch in den Inventar reparieren. Ah ja, ich weiß. Aber irgendwie finde ich den... Ah, das ist Dinger nicht. Aber er spawnt echt viel zu viel, deswegen leckt das echt so. Bei mir geht das eigentlich. Ich hab keinen Inventarplatz mehr. Autsch. Hast du es gefunden? Oder ist da keiner? Ne, ne, ich hab gar keinen gefunden. Wer denn ist da wohl nur auf der einen Seite? So. Hier ist er doch, du Vogel. Ey, ich hab keinen gefunden unten. Ja, du hast ja einen Excavator. Aber hier ist ein... Pigment Spawner. Ja, leuchtet die Maus, damit der auch schon mal wegkommt. Können wir vielleicht mal irgendwann aktivieren, oder so? Ich meine, Spawner ist doch scheißegal. Irgendwie keiner klatscht, außer sehen. Wir brauchen mehr Thronen. Wie beim letzten Mal, meinst du? Ja. Mein Excavator, der ist auch hext drauf. Das ist natürlich nice. So, ich hab jetzt mal eben nochmal ein paar Thronen aufgestellt, ne? Hm. Aber hast schon recht. Lieber mal ausleuchten. Ja, dann, falls mir keiner hittet, oder so. Ich sag ja nur beim letzten Mal, ne? Ja. Die ganze Zeit ist so ein bisschen nervig. Aber die können eigentlich... Ja, die packe ich erst mal weg hier. Sicher ist sicher. Den Bogen, ich hab keine... Ja, die Falle hab ich gar nicht weggelebt. Ich glaube, du willst du wirklich helfen, tut das auch nicht, wenn du ausleuchten machst. Aber es ist zumindest hellleine Aufnahmen. Ich hab jetzt eine Breitnis auf 70 schon gestellt. Willst du es nicht übertreiben, mit der Herrlichkeit? Ich hab Hälfte gemacht gehabt. Ja, ich weiß. Ich hab ja deine Konfiguration mitgehabt. Ich muss ja immer nein drücken, wenn ich starte. Hm? Ich muss ja immer nein drücken, Konfiguration starten. Äh, Video-Settings, ja. Toll, der hängt auch noch weiter oben, weißt du, der hätte ich auch finden können. Hm. Aber die spawnen immer noch hier. Ja, ja, ich weiß. Ich glaub, das liegt auch am Stein. Ja, ist aber nur ein Nether. Das ist ein Nether-Stein, ist deswegen, dass Helligkeit dann nix bringt. Oh, what the fuck. Willst du mal sehen, wieviel hier schon gezwungen ist jetzt? Ich komm runter. Oh, nice. Einzige Möglichkeit, wie beim letzten Mal, kurz mal alle Monster haussteigen, dass das wieder... Nee, nee, ich hol jetzt... Was ist das Problem? Ja, bei dir leckt das. Oh, wie? Mir leckt das 0 Meter. Ich hol jetzt mal eben irgendwas zum Bauen. Ich hol mal eben Sandstein. Damit das auch nicht abfucking kann, weil ich wollte jetzt Holz holen, aber das ist ja ein bisschen dumm. In den Blazers. Damit wir erstmal ein bisschen die Löcher da stopfen können. Ja, stopp mal die Löcher da. Eins, zwei, drei, vier. Löcherstopfer. Ich glaub, ein Stack reicht. Autsch. Dann schon wieder. So. Jetzt holen wir mal so einen... Bogen. Ich will noch irgendwo... Ich will ein paar Pfeile mitnehmen. Das war ja klar, dass ich keinen Platz mehr mehr habe. ja da gibt es ja auch ein portal portable wir sind jetzt so schön gekommen hier gab es da ein portal hochgesandt hochgerannt, es war unten kurz hab ne diskette weggetan die ich noch bei mir hatte verlieren kann ich die ja nicht weil wir ja gesichertes inventar haben wenn wir sterben oder gesichertes inventar das ist immer noch besser wenn wir besonders bei so einem hardcore quest mod aber wir verlieren das inventar ja eh wenn wir komplett sterben also ist das ja egal was war das denn für einer? die ganzen slimes hier, ne? so was ist denn? ok blazes YOLO ja du stirbst ja gleich nicht, die haben große effekte ich bin tot ja sag dich doch, dass du stirbst man ging ja schnell auch nur jetzt das schon wieder Soll ich einen skillet spawn abbauen weil da unten genug sind ne? ich baue mal den der unter der decke ist erstmal ab der schon mal weg ist alles klar, alles klar, alles klar ich bin gerade in die Dimension gegangen, in die Diebstahl menschen wow 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 wow, ist auch klar, du bist kaum am Rand, da kommt schon alles entgegen geflogen ja, das können sie jetzt mal gegenseitig abschießen ja, das können sie jetzt mal gegenseitig abschießen ja, die können sie einfach gegenseitig abschießen ouch deswegen sag ich, er bleibt los am leben bevor ich da runter musste oder wieder her kommen musste das ist das blöde das war meine deine Waffe ja ist deine Waffe auch noch aus Holz? dass du die leichter reparieren kannst das ist glaube ich die Paper oder? das ist die Iron Spitzhacke, die ich mal bekommen habe ok oh, ich brauche noch mehr Sandstone für den Weg ja, Iron Pickaxe glaube ich aber auch ja, ich hole noch mehr Sandstone wir haben noch so eine Sandstone, ich glaube die mache ich wenn du nichts dagegen hast, würde ich die einmal komplett offline einmal weg ratzen einmal komplett durchgehen ich glaube dann ist das vielleicht kommt wenn wir die äh, Alter da kannst du bestimmt drei Folgen mit föhlen voll die Sandige Folge was geht denn mit den excavator ja aber dennoch, boah der ewig für weiß ich nicht wie repariert sich dein excavator? mit..m.. wood.. holz.. war ich dafür ich kann auch ne batterie drauf oh walken spawner, das heißt wir können die reparieren wieder ja also strom kriegen wir auf jeden fall noch warum das denn warum kriegen wir denn noch strom für holzproduzenten, ich hab da gar kein holz mit reingeworfen oh das hält lang an, das ist gut, ich glaub da werfen wir noch ein stack rein, da haben wir auf jeden fall nachher strom wenn wir die, ob sie der dinge wieder repariert haben oder allgemein wenn wir die mal ein bisschen strom versorgen wollen ja ich glaube ich finde ME4 finde ich vom start her viel viel besser ja also nicht wie ME3 aber das ist trotzdem generell viel viel schwerer ja aber es ist viel einfacher gestaltet ja du hast nicht so wenig baumöglich haben wie bei anderen, nicht so viele, besonders bienen ey das wäre das beschissenste eine mod mega slime enderman erstmal den mega slam klatschen macht das damit der mir nicht auf den sack geht das ist die seele, tschüss seele guck mal da, oh nein das ist das ectoplasma der seele rum geflogen ich mag die sichel NEIN oh das war ein zombie, Gott sei dank ich dachte das wäre ein pigman gewesen ja ja da wird nämlich eben außen hingebaut außerhalb ist alles voller flüssigkeit das heißt flüssige lava ? von der kugel diese kunstige flüssigkeit die da oben drauf ist okay alter jungs brenn ich auch noch hey kleine seele fliegt ein bisschen rum und tu mir ein bisschen gefallen meine kleine seele das war ja auch schon gut gab mitgebracht so im kurzen eingang zu damit die ganzen wieser nicht hier hochlaufen können ich wollte schon sagen wo die blaze hat mich auf voll runter gekippt und die flüssigkeit darunter kommt die ist das weil ich kann ich nicht lange saven ich sehe nix deswegen hier bin ich gerade so gut safe also ganz gut links okay hallo die anderen fichern sehen wir da unten gar nicht ich mich darum kümmert hallo boah die mit diesen komischen feierfeilen immer ich hasse whatsapp ne ne ich hasse du hast das oh die scheisse skelette ne also wirst du schon ein skelett von kaputt gemacht ne mach den hier vorne mal kaputt so kaputt ist er haha küsst mich nicht 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 oah jetzt hat er mich gekriegt und tut bist du Aua der brücke ist ja auch nicht oder ja klar da sind genug noch drunter komm mal unter der also in der brücke also unter der brücke und an der decke von der brücke ja an der decke meinte ich ja auch wow wie weit geht das denn noch runter noch weiter mhm oh ne wow